Willkommen bei Peter macht Auge. Es ist so, dass ich hier einen Schwerpunkt jetzt lege, wo kann ich denn jetzt noch einen Studienplatz kriegen? Jetzt drücke ich natürlich nach wie vor die Daumen für diejenigen, die noch im Abi sind. Und für alle anderen sage ich nur herzlichen Glückwunsch zum Abi. Feiert ordentlich, ihr könnt das jetzt unbeschwert machen, macht das, ist toll. Bloß es geht auch weiter, wo bewerben, wo kann ich noch einen guten Studienplatz kriegen? Und da habe ich so verschiedene Tipps für euch zusammengestellt. Hier einer für alle, für die Europa wichtig ist, die europäische Einigung. Da gibt es einen ganz spannenden Studiengang, European Studies, an der Sahag University of Applied Sciences. Sahag, also Den Haag, ist ein ganz wichtiger Ort. Das sind also mehrere internationale Organisationen, ich glaube 400 insgesamt angesiedelt. Es gibt den Schlafgerichtshortdorf, es gibt auch Sachen der Europäischen Union da. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Und in dieser Stadt ist diese Fachhochschule, bietet das vierjährige Studium an. Kosten sind Studiengebühren 1100 Euro, erstes Jahr, danach 2200 Euro. Es ist, wenn ihr noch Europa retten wollt, euch der Gedanke wichtig ist, dann bietet das wirklich hervorragende Karrieremöglichkeiten für euch, dieses Studiengang, European Studies, schaut es euch hier unten an. Und es ist eine Möglichkeit. Schaut sie euch an und Sahag ist wirklich klasse. Wirklich schöne Stadt, kann man gut hinfahren. Tschüss.